So, hallo liebe Glamour Sister Leser. Ich bin das Marie, heute mal wieder mit einem Video für euch, in dem ich euch meine neuen Schuhe vom Chick Chick Club vorstellen möchte. Einfach mal auf die Homepage gehen, chickchickclub.de und da werdet ihr ganz viele tolle Schuhe finden, die ihr bestimmt haben möchtet. Ich konnte mich erst gar nicht entscheiden, habe mich aber dann doch entscheiden können für dieses wunderschöne Paar Veggies. Sie sind schön bunt. Was mir gefällt, ist der Materialmix und natürlich die Farben. Es gibt sie auch noch in schwarz und in rot. Ich habe mich für die braune Variante entschieden und ich freue mich, dass ich die noch in den Urlaub mitnehmen kann, denn nächste Woche werde ich mich auf Mallorca befinden und ich glaube, diese Schuhe sind perfekt, um an einer Strandpromenade langzulaufen. Sie sind schön leicht, was mir sehr gefällt. Ich bin hier in der Wohnung schon Probe gelaufen und ich finde sie sehr bequem und kann auch sehr gut darin laufen und freue mich, dass ich die nun mit in den Urlaub nehmen kann. Ja, jetzt muss ich die eigentlich nur noch schnell in den Koffer packen, sonst vergesse ich die nämlich wieder und ein Outfitpost kommt dann von der Insel. Also, ja, bis dann. Tschüss! Ja, bis dann. Tschüss!